Wie ist die Wetterlage bei euch heute gerade? In ganz Deutschland lacht die Sonne heute vom wolkenlosen Himmel herab. Dank Hoch Martin bis zu 11 Sonnenstunden, nicht nur heute, auch morgen am Donnerstag und am Freitag 10 bis 11 Sonnenstunden. Der Frühling gibt Vollgas, Dauersonne bis zum Abwinken und die Temperaturen steigen immer weiter an. Morgen knacken wir bereits die 15 Grad Marke. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Dienstag hier bei wetter.net. Ja, wenig Regen ist gefallen und dieser wenige Regen macht sich auch bemerkbar und zwar an den Flusspegeln. Das hier ist der Pegel des Rheins bei Worms und wir sehen hier oben diese Markierung. Das ist normalerweise der mittlere Wasserstand im Rhein am Pegel Worms, knapp über zwei Meter. Und momentan liegen wir gerade mal noch bei einem Meter. Das ist hier dieser Stand und die Prognose geht in den nächsten Tagen davon aus, dass der Rheinpegel weiter sinken. Sinken wird Richtung mittleres Niedrigwasser. Daran sieht man also, wie wenig Regen in den vergangenen Tagen gefallen ist. Und auch der Oberrhein am Pegel Maxau zeigt uns, wir haben kein mittleres Wasser erreicht momentan. Es ist eher mittleres Niedrigwasser, was uns da in den nächsten Tagen bevorsteht. Da merkt man eben die Trockenheit. Es ist keine Dürre, aber es ist eben verdammt wenig Regen vom Himmel gekommen. Und normalerweise sollte der Rhein zu dieser Jahreszeit im Frühjahr etwas gefüllter ausfallen. Wir schauen mal, was der Grund dafür ist. Naja, wir gucken hier auf die Ensemble-Prognose in Sachen Niederschlagsummen bis zum 24. März. Und die rote Linie ist das Mittel aus allen 30 Berechnungen. Und wir sehen gerade mal 3 bis 4 Liter Niederschlag pro Quadratmeter werden da berechnet. Für die Mitte des Landes bis zum 24. März. Verdammt wenig, fast überhaupt nichts. Gestern gab es zumindest noch ein paar Ausreißer hier oben bei 30, teilweise 35 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Mittlerweile sind die alle verschwunden. Die höchsten Werte noch um die 10 bis 15 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Ja, und dieses stabile Hochmartin, das sorgt heute und in den kommenden Tagen für sonniges und trockenes Wetter. Es hält uns alle tief aus Läufer fern. Zugleich kommt hier aber aus Südwesteuropa vermehrt milde Luft zu uns nach Deutschland geströmt. Und dieser hohe Luftdruck, der bleibt uns erhalten. Das hier ist die Ensemble-Prognose in Sachen Luftdruckverlauf und zwar bis zum 24. März. Und wir bleiben hier mittel auf einem recht gleichen Niveau, um die 1025 Hektopascal. Und das zeigt uns, der hohe Luftdruck ist ziemlich beständig. Ich hatte schon vor Tagen gesagt, die Wettermodelle schätzen gerne mal die Ausdauer von solch stabilen Wetterlagen. Sie haben es wieder getan und verlängern jetzt weiter nach hinten die trockene Phase. Das sehen wir hier unten an dieser Kurve. Kaum Regen in Sicht bis zum 24. März. Ja und das deutsche Wettermodell berechnet auch keinen Regen, fast keinen Regen bis zum Sonntag. Weiß in ganz Deutschland. Einzige Ausnahme hier im Westen. Da ziehen Freitagabend und Samstagabend ein paar Wolken auf. Die bringen vielleicht mal ein bisschen Regen. Das europäische Wettermodell sieht die Sache ein bisschen entspannter. Da bleibt es trocken bis zum Sonntag. Alles weiß in ganz Deutschland. Und wir schauen noch auf das amerikanische Wettermodell. Das berechnet Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag. Eine ganz schwache Wetterfront hier im Westen. Und die könnte ein klein wenig Regen bringen. Das ist die Wetterlage am Freitagabend. Berechnet nach dem amerikanischen Wettermodell. Wolkenlos fast in ganz Deutschland. Nur hier aus Westen ziehen Wolken auf. Mit ein bisschen Regen. Da kann es ein bisschen rauströpfeln. Und auch die Nacht von Samstag auf Sonntag bringt noch mal so eine Wolkenbasis, die heranzieht. Und da kann auch ein klein wenig Regen rausfallen. Aber die großen Regensummen werden das nicht werden. Das europäische Wetter mal übrigens will davon gar nichts wissen. Das ist mal die Wetterlage auch am Sonntagmorgen. Viel Sonnenschein in ganz Deutschland. Nur hier im äußersten Südwesten Richtung Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Da ziehen ein paar hohe Wolken auf. Aber Regen ist nach dieser Prognose von den Europäern auch da weitgehend nicht zu erwarten. Das Hoch Martin ist heute und in den kommenden Tagen sehr stabil. Es liegt hier über Mitteleuropa und bleibt auch hier liegen. Zugleich strömt hier aus Südwesteuropa relativ milde Luft zu uns nach Deutschland. Ja, und die Wolken, die lösen sich auf. Bei uns in Deutschland ein nahezu wolkenloser Himmel. Aber hier auf dem Balearen, ich sagte es eingangs, da ist es einfach wechselhaft. Viele Wolken. Es ist bei uns einfach schöner momentan als in Palma de Mallorca beispielsweise. Und dieses sonnige und warme Wetter bleibt uns die ganze Woche über erhalten. Nur die Nächte, die bleiben immer noch ziemlich frisch. Hier nochmal der Wolkenfilm für Deutschland. Ein nahezu wolkenloser Himmel. Heute am Dienstag, auch morgen am Mittwoch wenige Wolken. Aber dann später in der Nacht zum Donnerstag. Da ziehen doch vermehrt dichte Wolken hier aus Nordosten heran. Das heißt zum Donnerstagmorgen, da müssen wir hier im Nordosten doch mit ein paar mehr Wolken rechnen. Die bleiben hier im Nordosten am Donnerstagmorgen erstmal liegen. Lösen sich aber später wieder weitgehend auf. Und das sind die Sonnenstunden vom heutigen Dienstag. Da gibt es eigentlich nicht viel zu zu sagen. 9 bis 10,5 Sonnenstunden, punktuell auch mal 11 Sonnenstunden. Überall lacht die Sonne vom wolkenlosen Himmel herab. Und damit ist auch die Sonnenbrandgefahr schon leicht erhöht. Wer also zur Mittagszeit länger Zeit draußen unterwegs ist in der Brallensolle, äh Sonne, sollte daran denken unbedingt auch Sonnenschutz aufzutragen. Dann geht es sonnig weiter. Auch der Donnerstag bringt uns viel Sonnenschein. Das Ganze bei 8 bis 16 Grad. Der Freitag 9 bis 16 Grad. Wir blicken auf den Samstag. Wie gesagt, da ziehen von Freitag auf Samstag ein paar Wolkenfelder heran. Die legen sich vor allen Dingen über den Westen. Vielleicht auch mit ein paar Spritzern Regen. Das Ganze bei Temperaturen um die 8 bis 15 Grad. Und wir blicken noch auf das Wochenende. Den Sonntag hier besonders 6 bis 13 Grad. Da wird es vorübergehend ein bisschen frischer werden. Weiterhin Wolken hier am Sonntag im Westen. Nach Osten dagegen meist sonnig. Und der Montag bringt dann schon wieder mehr Sonnenschein bei 9 bis 16 Grad. Und zum Dienstag, da schießen die Temperaturen weiter in die Höhe. Sie erreichen am Dienstagnachmittag hier im Westen und Südwesten 18 bis knapp 20 Grad. Sonst steigen die Temperaturen auf 12 bis 15 Grad. Der Blick auf die Ensemble-Prognose für den Norden Deutschlands bis zum 24. März. Das trockene Wetter hat auch den Norden fest im Griff bis zum 24. März. Und die Temperaturen liegen meist um die 10 Grad. Zum Wochenende etwas kühler. Danach wieder ansteigen auf bis zu 15 Grad. Wir schauen uns den Süden an. Auch hier eine recht ähnliche Wetterentwicklung. Anfangs aber besonders hier immer noch die Gefahr von leichtem Nachtfrost um die 0 bis minus 4 Grad. Später steigen auch hier die Temperaturen weiter an auf 15 Grad im Mittel. Das ist die rote Linie. Und die Niederschlagssignale sind im Süden eher als gering anzusehen. Und wir blicken nach Ostdeutschland. Auch hier ist die Erwärmung zu erkennen. Temperaturen in den kommenden Tagen bis zu 11 oder 12 Grad. Zum Wochenende vorübergehend etwas kühler. Es bleibt aber trocken. Und trocken bleibt es meist bis zum 24. März. Nur ganz geringe Niederschlagssignale sind hier zu sehen. Aber da kommt wahrscheinlich nichts vom Himmel. Und auch später relativ mild. 10 bis 15 Grad werden da im Osten gemessen. Und wir schauen noch nach Westdeutschland. Auch hier die gleiche Wetterentwicklung. Trockenheit bis zum Abwinken. Sonnenschein bis zum Abwinken. Nur Samstagmorgen und Sonntagmorgen. Da kann es im Westen ein paar dichtere Wolkenfelder geben. Und da ist es vorübergehend auch etwas kühler. Aber nächste Woche steigen die Temperaturen schon wieder deutlich an. Auf über 15 Grad teilweise. Später Richtung 20 Grad Marke. Der Frühling lässt sich also nicht mehr wirklich aufhalten. Ja und dieser trockene Monat März. Der rückt immer weiter in unsere Nähe. Wir erleben es ja schon, wie trocken dieser März ist. Wir haben eben den Rheinpegel gesehen. Der fällt immer weiter. Und am Ende wird wahrscheinlich der März 2022 deutlich zu trocken ausfallen. Und wahrscheinlich auch etwas zu warm. Ein bis zwei Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Ja, das war es vom Wetter am Dienstag hier bei wetter.net. Hoch Martin hat alles fest im Griff. Viel Sonnenschein, steigende Temperaturen. Ab morgen knapp 15 Grad. Und dann geht es weiter nach oben. Donnerstag, Freitag 16, 17 Grad. Nachts aber weiterhin die Gefahr von leichtem Frost. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetternet auf YouTube. Tschüss und bis bald.